Hallo, mein Name ist Hans-Heinrich Hauschild. Ich bin vom Beruf Schmiede- und Schlossermeister. Ich stehe hier in der Werkhalle von Stefan Hauschild Metallbau GmbH. Diesen Betrieb hat mein Vater 1950 gegründet. Er ist mit Hufbeschlag und Wagenbau angefangen und 1969 kamen auch noch Fahrräder hinzu. Ich habe mich 1985 selbstständig gemacht mit dem Metallbaubetrieb und meine Frau hat die Fahrradsparte übernommen. Heute sind es zwei eigenständige Firmen, Stefan Hauschild Metallbau GmbH in Schwiedersdorf und das Fahrradgeschäft Hauschild der Zweirad-Experte in Neurumsdorf. Mein Name ist Stefan Hauschild. Ich bin 40 Jahre alt und Geschäftsführer von der Firma Stefan Hauschild Metallbau GmbH. Seit 2015 bin ich sozusagen selbstständig und habe den Betrieb meines Vaters übernommen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance nutzen durfte, selbstständig zu werden und sozusagen in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, sozusagen in dritter Generation. Wir fertigen hier bei uns in Schwiedersdorf mit viel Freude Geländer, Treppen und auch Fenstergitter. Alles, was das Herz begehrt aus Metall, sprich Edelstahl, Stahl oder Aluminium. Vor der Fertigung und Montage gehört natürlich auch die millimetergenaue Planung dazu. Hier zum Beispiel haben wir eine Treppe mit Geländer im 3D-Modell gezeichnet und können somit genau detailgetreu nachsehen, wo wir mit den Bauteilen nachher landen. Wenn das Produkt, wie hier zum Beispiel die Treppe und das Geländer montiert wurde, sieht es am Ende beispielsweise so aus, in einem Bürogebäude in Zeben beispielsweise. Jetzt habt ihr gesehen, was wir hier in Schwiedersdorf mit unserem 10-köpfigen Team alles aus Metall mit viel Freude herstellen. Zum Beispiel einen schönen Stahlstern oder auch ein schönes Edelstahlfahrrad. Da fahre ich jetzt einfach mal mit los nach der Rumsdorf. Mein Name ist Christa Hauschütt, ich bin vom Fahrradgeschäft Hauschütt der Zweirad-Experte. Ich möchte auch in diesem Zuge meine Schwiegertochter Nadja Hauschütt vorstellen. Ich habe vor fast 25 Jahren hier im Unternehmen als Schülerin angefangen, habe in meiner Ausbildung sowie im Studium hier immer nebenbei gearbeitet und habe nach dem Studium die Vollzeitbeschäftigung angefangen und führe mit meiner Schwiegermutter hier das Unternehmen. Ob Sie ein E-Bike suchen, ein Kinderrad oder ein ganz normales Cityrad, unsere Mitarbeiter helfen Ihnen, Ihr gewünschtes Fahrrad zu suchen. In unserem 25-jährigen Bestehen am Standort nach Wumsdorf ist unser Team stetig gewachsen. Am Anfang hatten wir einen festen Mitarbeiter. Mittlerweile haben wir ein Team von 18 Mitarbeitern. Wir bieten in diesem Geschäft 800 Fahrräder an für Groß und Klein. Die große Auswahl können wir noch vervollständigen, wenn wir an unser Lager denken. Da befinden sich noch 3000 Fahrräder. Mit einer Probefahrt können Sie schnell entscheiden, welches Fahrrad für Sie das richtige ist. Wir sind seit letztem Jahr eine qualifizierte Zweiradwerkstatt. Mit diesem Zertifikat sind wir ausgezeichnet worden, weil unsere Werkstatt es verdient hat, nach TÜV-Normen zu arbeiten. In Deutschland gibt es nur 17 Betriebe, die diese Auszeichnung bekommen haben. Deswegen sind wir besonders stolz darauf. In der Zeit, wo die Erwachsenen sich ein Fahrrad aussuchen und gerne ihre Kinder dabei haben, versuchen die Kinder ganz tolle Malhefte von unserer Einkaufsgemeinschaft auszumalen. Und gerne darf jedes Kind sein eigenes Malheft danach auch mit nach Hause nehmen. Also, auf zu Hause, der Zwei-Räde-Experte. Wir freuen uns auf Euren Besuch. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018